Ihre Tochter ist im Augenblick gelähmt. Der Befund ist günstiger als ihr Verhalten. Sie muss wollen. Du kommst in diese Superklinik und dann läufst du bald wieder rum. Was macht ihr eigentlich hier? Der Räume? Ihr motiviert Leute wie dich. Ich hab sie hierher gebracht, damit du wieder anständig laufen kannst. Ich wollte ja eigentlich mal Tänzerin werden. Du darfst wieder am Ballettunterricht teilnehmen. Ich würd versuchen, dich meiner Lehrerin vorzustellen. Ich werde Tänzerin. Du bist aufgenommen. Du kannst mehr. Man wird nicht Tänzerin. Man ist Tänzerin. Wenigstens eifersüchtig darf ich sein, oder? Okay, vielleicht ist es meine Schuld. Ich bin immer lustig, hab immer nen Spruch drauf. Jakob? Jakob ist natürlich ein ernsthafter Künstler. Also du bist für Paris. Die Karlova hat mir noch nie eine Schülerin empfohlen. Du bist zu jung für den Bein, Barrett. Ich bin immer war. Du bist für die Kinder. Das war's mit dem Bein. Aber das war's mit einem đihinend. Was ist ein Krebsonverkrank. Was ist ein Corona-Oper或者 ist. Asür geretans.